Moin Moin liebe Pyrosdorf Army und Willkommen zum Test der Rambo 31K, ist ein wunderschöner italienischer Knallkörper mit ordentlich 4 Gramm NEM 27,5 wie es hier steht und ja nach dem Cut geht es dann zur Zündung. Wie schön, dass ich den Stopfen abbekommen habe. Echt? Ja, aber nee, nee. Ey, voll geil, der ist Gott explodiert, wa? Ja, ja. Los. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018